Mein Name ist Johnny Knoxville und das ist der High-Five. Ach, du meine Fresse. Guten Morgen. Hey, dann, was geht ab? Alles klar, Idiot? Wie geht's, Mann? Was ist los, ihr Penner? Das kam total echt drüber. Er ist so, was geht ab? Nochmal, nochmal. Aaron wird gleich reinschneiden und man hat ihm gesagt, er soll ein volles Tablett mit Suppe reintragen. Wartet. Alles in die Küche. Na, was geht, Aaron? Was geht, Alter? Ach, ja, lieber. Ja, nichts für Schütten. Diese Bilder findet er nicht aus. Schönes Brett, Leute. Ich bin voll erwischt. Oh, meine Güte. Das Tablett hat's zerrissen, Mann. Er ist voll drauf reingefallen. Bringst du die Suppe rein? Du musst das Tablett mit Suppe in die Küche tragen. Diese Säcke sind gefüllt mit Mehl für unseren Freund Bam. Wir werden ihn gleich schön einnebeln. Ah, okay. Beeil dich, Mann. Achtung, er kommt. Echt, er kommt? Okay. Was geht ab? Was geht ab? Nicht viel. Und wie geht's dir? Halb, halb! So hechte Peste von allen, Mann. Ganz ehrlich, wir können uns alle mal abschicken. Er wurde voll eingemehlt. Oh, Mann, was da? Ich hab's überhaupt nicht gerechnet. Die beste Nummer bis jetzt. Was ist das abgängelt? Guten Morgen, Mann. Morgen, Bam. Ja, ja, genau. Er ist voller Mehl. Ich bin kurz. Ich bin kurz. Vielen Dank.